Der Traumatherapeut In meinem Vorstellungsvideo, wie ich dazu kam, Traumen aufzulösen, habe ich ja erwähnt, dass ich in der Lage bin, innerhalb von ungefähr einer halben Stunde ein Trauma aufzulösen. Endgültig aufzulösen. Das ist Rico. So, warum bin ich in der Lage, dieses Trauma innerhalb einer halben Stunde aufzulösen? Die Antwort ist ganz einfach. Weil wir Menschen tatsächlich nur ein einziges Trauma mit uns tragen. Wir tragen keine vielen Traumen in uns. Es ist nur ein einziges Trauma, was unser Leben so gravierend beeinflusst. Und weil es nur ein einziges Trauma ist, deswegen ist es natürlich auch schnell zu lösen. Also diese ganzen Verfahren, wie wir sie in vielen einschlägigen Büchern finden, bei Psychologen vorfinden und unglaublich vielen Therapeuten, die sich auf diesem Gebiet breit machen. Diese Zwiebeltechnik, dass man dann von oben, von außen nach innen arbeiten muss, bis dass man zum Kern der Ursache gekommen ist, weil so viele Traumen abgelöst werden müssen, bis dass wir das schlimmste Trauma finden, ist alles Pille-Panz. Das stimmt nicht. Es ist nur ein einziges Trauma, das irgendwann einmal passiert ist, das sich wie ein roter Faden durch unser Leben zieht. Und wenn dieses Trauma erkannt ist, beziehungsweise ja gefunden ist, und der Hintergrund dieses Traumas erkannt ist, löst es sich auf und du bist befreit. Aber es ist ganz simpel. Und weil es so simpel ist, kommt so schnell keiner drauf. Ich bin in Kontakt mit Nepomuk Meier, weil er sucht ja nach Phänomenen. Und dann habe ich ihm dies vorgestellt. Und als ich sagte, ich löse Traumen auf, sagt er, da gibt es genug, die das auch können. Sag ich, ja. Und innerhalb einer halben Stunde? Da war er erst mal geschockt, stumm und sagte dann, nee, das Schnellste, was er kennt, und er ist ja einer, der rumkommt in der ganzen Welt, sagt, zwei Tage wäre das gelöst. Also das mit der halben Stunde ist selbst ihm nicht bekannt. Ja, und ich will mich damit nicht rühmen, um Gottes Willen, es geht nur darum, dass auch du ganz schnell von deinem ärgsten Feind erlöst werden kannst. Denn du sollst wissen, dass dieses Trauma von deinem Unterbewusstsein aufgelöst werden möchte. Und dieses Unterbewusstsein bringt dich immer, immer wieder in Situationen, die ähnlich sind wie damals, die Ursache deines Traumas. Und es versucht dich immer wieder durch diese Provokation zu deinem Trauma zu führen, damit du es auflöst. Nur, wer sieht den Wald vor lauter Bäumen? Man sieht ihn nicht. Gut. Hier ist die Lösung. Wenn du befreit sein möchtest, mach einen Termin aus und lass dich überraschen. Bis dahin. Tschüss.